Assalamu alaikum. Die nächste Frage ist, ist Haartransplantation erlaubt? Also darf ich sozusagen meine eigenen Haare hier hinten nehmen und sie vorne hier reinmachen lassen? Und die Gelehrten haben dazu die Erlaubnis gegeben, dass es erlaubt ist, dass es kein Problem ist. Solange es deine eigenen Haare sind, sind es Haare von anderen, dann ist es nicht erlaubt. Aber deine eigenen Haare, die du hinten nimmst, weil meistens sieht man hinten, weil hinten die Haare sozusagen stärker sind und länger bleiben, und pflanzt sie dann vorne ein, das ist Inshallah Ta'ala nach der Mehrheit der Gelehrten kein Problem. Das erlaubt Inshallah.